jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video und heute ist es mein ganz spezielles video und zwar habe ich mich entschlossen mit daily vlog daily vlogs anzufangen heute ist der erste ich bin jetzt schon so eine stunde zu hause und habe auch schon so ein bisschen gelernt was man unschwer kennen kann ich gelernt leute ich habe ich habe was anderes erst probiert egal wir lernen jetzt und dann genug geplappert jetzt fängt der vlog an diese daily vlog idee habe ich von oscar guckt mal bei ihm vorbei link in der videobeschreibung ja ich räume jetzt ein bisschen das zimmer auf das ist ganz schön unordentlich wartet mal ich zeige es euch mal ja so wie ihr seht das ist ganz schön unordentlich stellt euch nicht an der tür leute sie ist kaputt ja lasst mal ein like da bei 10 leute erzähle ich euch was geschah mit der tür leute jetzt muss noch ein anderes hemd anziehen ich habe so ein hässliches namibia hemd an schaut euch mal meine kette an die ist richtig nice ja ich zieh mir jetzt einfach mal ein anderes hemd an sooo jetzt bin ich fertig leute falls ihr es da nicht wisst wisst ich bin hsv fan ihr könnt mich leute ich komme jetzt vom fußball jetzt weiß ich nicht was ich mache ich denke ich lerne ich edite jetzt ein bisschen videos auf dem pc leider muss ich noch reingehen aber das mache ich jetzt und dann bis gleich ja leute das war der daily vlog von heute ich habe noch ein bisschen gelernt aber ja bis zum nächsten mal schaltet morgen wieder ein morgen gibt es wieder mein daily vlog ciao